hallo zusammen willkommen zurück zum torschützenkönig und ich bin nicht alleine heute begrüße ich ausnahmsweise mal meinen kollegen kiri weil sonst vergesst es ja immer und wir werden jetzt mal gucken wie es aussieht wie man hört fühle ich mich wieder viel besser an also die krankheit gesundheit was auch mal wieder deutlich besser und wir werden heute mal schauen wird der gute notar wird er es schaffen in die startausstellung zu kommen und bin ich auch sehr gespannt und da ist deswegen wieder gesund weil wir ein neues spiel neue session gestartet haben die alte session haben wir damals abgebrochen weil der kiri erstes mal krank war und wir haben auch schon viele folgen aufgenommen und heute ist ein neuer tag tag neues glück immer sagen das ist vollkommen richtig aber immer noch immer doch kein glück mit meinen beratern hier sehe ich gerade okay ganz zufällig vor der nase so geklaut dafür habe ich auch vereinsangebot hier wo schalke offenheim aus der bundesliga und liverkusen habe ich aber nicht angenommen und werde ich auch nicht wir haben damit den 19 august und ich bitte gerne bei eintracht frankfurt bleiben erst einmal jedenfalls also eigentlich wirklich wirklich bis zum ende der saison bleiben auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht aufgestellt werden müssen wir das jetzt echt wurscht ich bleibe da ich bleibe da hock auf der bank und versuche ich einzuschleimen beim trainer und so weiter irgendwie zum erfolg führt während essen unser kiri hier natürlicher stammspieler weil er auch bei einer viel schwächere mannschaft ist sagen wir mal so also sind wir auf den angewiesen und das macht ja auch vollgas geben da warten wir auch von dem hier so mal zur impfung hier ist auf jeden fall bundesliga bundesliga spiel erste bundesliga spiel aber zweiter spieltag frankfurt gegen fortuna düsseldorf da bin ich auch ein angebot aber ich bin mir leger aber ich bin 67 kraft dafür bin ich leider noch zu schwachen wir würden ja auch die kohle geben perfekt zum spielstart erstmal das eilton lied hier geht das mit dem pc oder oder geht das nicht gerade bei mir was lädt er denn bei mir steht oben rechts die fps bedeutet es lädt dann klicke ich mal für dich oder der liegt bei mir aber auch jetzt wurde das spiel ist noch nie abgestürzt das wäre jetzt echt eine premiere wenn es jetzt vielleicht muss ich mal kurz eine pause machen der folge eine sekunde aufnahme wieder stark gestartet wir machen weiter jetzt hat er fertig geladen spiele zehn punkte ja war also wir werden es mal ganz kurz bei der mail gucken was wer fans da hat nur zwei wochen aber es ist ja auch egal jetzt aber bleiben oder naja es bleibt da ein bisschen geld eingespart wird es doch mal weil wir reden ja auch schon zwei tagen wieder cash wie es gerade richtig sehe das muss noch ein bisschen geld anlegen idee ein bisschen was auf der unterlage abrufen werden wir erstmal gucken alles scheiße ja das ist die katastrophe da hast du noch ein briefchen hier warte mal auf deine ablage da hast du denn auch noch gucken und soll es gehen aber wir machen natürlich wieder nur ein monat schau mal wie der typ lichter anlächelt und zwinkert ja noch zu ihr guck einmal jetzt hast du scheinbar seine komplimente hier ausgeschlagen wird er nicht mehr auf dich langsam sauer da hatte er hat sogar gelohnt damit mit dem es gemeinsam trainingsplatz wie wir auch alle wissen habe ich jetzt eine frau in dem spiel ja was könnte man denn machen weil erwartungshaltung weil ich noch ein bisschen machen was ich recht ist was ich gerade habe ein stöße sind auch schlecht dass sogar zwei spiele das wird es viel dauern und daheim gegen lincoln city das geht ja schon wunderbar los hier bei dir super ich weiß nicht wieso meiner so schlecht trainiert schau der mann das ist ein spezialpicker kopfballon gehört warte mal ich muss mal was bei dir ok aber du bist dran alles füllt da und du bist direkt aufgestellt ja die sind aber ein bisschen stärker als wir haben einen starken torwart drin ja das stimmt aber wir werden mal gucken wie es wird viel glück und da geht super los aber du kannst sofort eine chance gleich ausgleichen hier das ist wichtig und richtig weil die leute brauchen bis erst recht noch weil ich sofort ein tor geschossen habe war auf jeden fall sehr wichtige ausgleichstor auf jeden fall geschossen bist du eigentlich in der liga der aktuelle anführer das sollten sie noch mal überlegen ja naja ja ich auch zwei toren zwei chancen gelbe karte abdessen referee zwei oder gibt es trotzdem eine gelbe karte die frage ist kriegst du noch eine chance wenn alles gut geht ja wenn man sich fragt warum ich nicht aufs ganze gehe ich dem noch ein bisschen kraft mit weil ich ja zwei tagen habe ich ja noch ein spiel aber gute idee ich mich gab es nun entschieden auf jeden fall dass meine verhältnisse ist ja auch gespart hast du zwar eine zwei bitte zwei tore zwei chancen gehabt ja das ist eine 1 wert aber ganz ehrlich ist egal das ist und machte mit zwei toren das ist möglich ja das hört es aus ja die tabelle sieht man leider nicht aber du bist hier dabei sogar ein torwart war dabei so was wollte ich machen noch mal deine spezialfähigkeit nachgucken was du halt nicht schnitzende einfluss blöde ist es stärke und zwar nicht unbedingt weil ich ganz gut bin so ja ist auch es wird anzeige packleiter drinne aber das ist echt doof ich habe mich jetzt jeden tag eigentlich gut gespielt trainiert man es denn ja auf der bank natürlich hat eine aufstellungsgarantie und ich mal das war ja wohl ein bananentor der trainer sollen wir aufstellen hier anfang an bei meinen qualitäten das ist das 1 1 und sofort mit meter ja wunderbar hatte gegen mich was so herrte neun bist hat er mal runter hier und da gehen wir hier kommunikation vermeiden alles im tor abseits ich weiß doch ob ich den zweit bekommen habe ja in der gelben karte ach vielleicht ja ja ich denke mal dass er sich eigentlich dritte lassen müsste er sich schon zwei Toren geschossen ja eigentlich schon ne oh ich habe vergessen hier die den einsatz umdreffen 4 zu 1 sogar wird schon klappen oder Torschauerns benutzt man den Zauberfuß wenn man im spiel kann man es ja benutzt ne ach Mist schade schade es war eine gute Torschance aber leider ging der Ball doch knapp daneben an Pfosten ja leider aber vielleicht habe ich ja noch eine Chance mal schauen man muss sagen wir Frankfurt zu Düsseldorf zerstören ja so gehört sie das 5 zu 1 schon vielleicht wäre sie sogar Meister ja das wäre natürlich geil ne bester zu werden in der ersten Bundesliga Saison aber ich hoffe ihr kriegt nochmal einen Ball schön meine Energie geht in den langsam runter hier ich habe schon ein mit das Tor wäre jetzt wunderbar leider habe ich meine dritte Chance nicht genutzt und das 6 zu 1 bereits unglaublich und 7 1 das ist ja mal hier ne klatsche hier für Düsseldorf ein Spielmöglichkeit gehen mal rein ach letzter Tor Chance fips kümmer yes der war knapp haha der war schön jawoll 8 zu 1 haben wir gemacht unglaublich und 1,0 und ein paar Werte gestellt kommentaler Stecker habe ich schon 94 war los ja cool jetzt bist du dann ja na ich spiel neues Glück ja wir sind sogar deutlich stärker als die ja wirklich ein sehr schwacher Gegner und ihr werdet das 3 schon schaukeln hier der 10 hat der Referee boah hier hat es mir auch genau aufgefallen ich habe es gesehen das war ein klarer älter es auch oh wow gib dir eine gelbe Karte der Penner wo zauberfußkarte benutzen ist eh jedes Mal da das einmal pro spiel sehr schön ah 1 zu 0 für den Kiri Kiri Doppelpack Kiri Doppelpack oder Hedrick so du auch machst die deutsche Alter sag mal die deutsche Liga ist die englische Liga naja nicht wirklich weißt du uh jetzt musst du aufpassen hier nicht dass du eine normale Gereo Karte kriegst ja ich bin zu riskant mein Name ja du wirklich geht auch so schau muss bedenken wir für 2 zu 1 das hat es jetzt auch nicht gemacht ne ne gegen eine schwächere Mannschaft sowas nicht riskieren weil wenn du dich verletzt ist es wesentlich schlimmer ist das ein Spielerbild vom Entwickler vielleicht oder so oder 3 zu 1 oder schon ganz auf dem Konter na gut das hättest du doch Rekkerli auch gemacht ja hätt ich genauso gemacht komm alle noch rein jawoll ja wunderbar so geh ich nach Hause mit dem Doppelpack ja das ist doch immer gut wenn du immer Doppelpack schießt und ich mach immer Hedricks dann passt das haha der 1 sehr schön ja aber du hast da zum 1 ja auch frische gegen da oben ja weil du dich vielleicht im letzten Spiel nicht alles aufgegeben hast jetzt in diesem Dornik du hast ja noch Power gehabt ne ja Matthäus erzieht drei Treffer gut gemacht für 1 1 ich bin hier dabei Antrakt Frankfurt ist nach zwei Spieltagen auf Platz 1 der Bundesliga Leute und wer ist hier zu finden mit drei Toren Loda war mit Florian Mirz und Raphael Bred so warte mal auf sich nun eine Klasse für dich man sieht halt leider bei mir nicht aber aber du bist sonst dem echten Tages ja du wirst am besten irgendwann mal auch nach Deutschland wechseln haha und gerade noch E-Mails ich hab alte neue Nachrichten ich bin umbücher ach und unser Autosave kommt wieder liebe Leute ja endlich endlich Autosave ja jede Session kommt mindestens einem Autosave das ist das absolute Highlight des Spiels ja und wenn es nicht wenn es nicht mitten in der Folge kommt dann heißt das dass wir auch eine Pause machen sollen haha das ist richtig ich würde mal sagen bis zur nächsten Folge ich sage aber noch schnell zu Ende bitte dummerweise was dummerweise das ist eben auch ein trauriges Zeichen weil dann die Folge leider endet aber nicht was sagen es kommt ja bald noch eine Folge ja eben haha also bis dann Leute ciao 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 hallo ihr lieben willkommen zurück es geht weiter mit den Tortschützenkönig hier haben wir zuletzt aufgehört wegen einem Auto C bei allem in Peru da warten drei Briefe auf mich bei E-Mails Gesundheit 91 nur noch und 5,50 ich muss mal irgendwann mal auf meine Gesundheit ein bisschen mehr achten ja er hat schon wieder also es hat jetzt einmal geklappt doch ich hätte das Spieler vergessen echt so was habe ich vergessen den Kiri zu begrüßen ja entschuldigt Leute hahaha übrigens ich spiel nicht alleine heute der Kiri ist wieder dabei haha ja hui lauter jetzt kommt er um ne Ecke jetzt kommt er um ne Ecke jetzt kommt er um ne Ecke ja gut dass du mich dann erinnert hast kannst du es lauter mit mir auch haben schau ja und du bist sogar Stammspieler selbst sogar aber bis jetzt in die zweite Liga wechseln wenn ich jetzt schon in der Bundesliga angekommen bin und eventuell eventuell nur auch vielleicht direkt aufgestellt werden im Nix schon immer haben wir Stärke 57 wir sind leider beim trainieren nicht so erfolgreich unser Kollege hier ja ähm wir haben jetzt Geld wir haben Geld Leute wir haben wirklich was kann man denn hier ok in die Anlagen haben wir hier 20.000 ja da haben wir schon ordentlich und wie gesagt bei unseren Aktien aus minus ordentlich minus 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 wir haben keine kein Glück mit Aktien ich würde mal sagen kochen und gleich mal was hier 100 hat dann haben wir noch ordentlich dann kommt man hier noch 900 Stück da haben wir nicht mehr so viel Geld aber wir haben von 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 Benedetto wie das hieß und ich würde mal sagen das lassen wir aus wir haben Zeitbudget von 11 das heißt es reicht nur zum ich hoffe dass ein neues ein ein problem damit eigentlich mal die physis und Kraft damit genau sie bekommen und so machen wir mal auf Wien und du hast auch zwei Spiele diese Woche Tatsache umso mehr für die Zuschauer hier zu sehen gegen Augsburg daheim und gegen Leipzig auswärts ich hoffe dass ich hier aufgestellt dann legen wir mal los ach die kann gefallen sogar bitte also einen habe ich vergessen aber ich hoffe dass wir brauchen also 18 chineser nach italien 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 die serie b oh drei angebote hier ich warte bis zum nächsten den hast du zu wenig übrigens wurde das auch gefixt ich hatte ja so ein bug wo ich keine angebote mehr gekriegt habe ist ex worden stelle der patient die fixe überland sind wahrscheinlich hört da eben ganzen kommentare schade ach es schaut ganz gut aus vor allem für dich trotzdem aus mit 35 tore aber was soll ich jetzt machen leider ich habe ja schon ein auto gekauft und auch eine wohnung ne ich habe ja schon ein auto gekauft und auch eine wohnung ne deine wohnung trotzdem weißt du es echt effekt du hast gehört was nicht fehlt voll gefällt ja ich weiß schon wie ich reagiere wir machen mal noch ein paar sprints als extra schicht und dann würde ich sagen ich habe auch ein paar spiele ja richtig mal gucken 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 das training was sonst na ja das kommt immer jetzt frankfurt gegen autspur würde man sagen nehmen wir sind auch da und die waren 80er ja 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 und das war jetzt meine chance wie der nächste spiegel aufstecken aber ich darf sie selber schießen wir haben für unsere mannschaften erbieter ausgeholt es gibt ein bonuspunkt beim trainer das höhere weil die chance kriegt dass er mich auswechselt direkt und sei dank schaut doch nicht zu mir und sagen dann konnte ja ich mach mal nur das glück gehabt mit dieser man hier zu spät zu weit nach links oder so ich weiß es nicht im letzten spiel haben wir herzlich gemacht hallo normal oder das computer nicht verletzen voll muss unbedingt ein tor schießen dass wir wieder aufstehen aber ich mache es mal nein da fängt doch alles hier der nasenbär oh man drei chancen kein tor ich habe da war es das wechseln um eine chance noch wieder elber ja ganz klar hier und gibt mir noch eine chance zeitspielmöglichkeit nicht ein und ein ob wir sind bei den gegner der chance ermöglicht sei dank ist er nicht reingegangen vielleicht noch eine chance ja probierst mal mit entspannen das kippt doch nicht der fängt auch alles man was für ein pech habe ich denn das war jetzt nicht alles irgendwie mega schlecht geschossen ich muss für das nächste spiel meinen gefallen benutzen du hast eine neue speziale fähigkeit schon ja ja du hast mal gegen magneto das war ein supertraining ja endlich mal bei mir auch mal ein ich mal oh wir spielen gegen milton kane der stammspieler ist gerade hier die schlechte mannschaft ach ich meine du greifflüsse und spell ne greifflüsse mag ich noch nicht du darfst sie vergessen im letzten spiel habe ich auch einen freistoß reingehauen obwohl das schluss gilt jetzt auch nicht gerade so toll ist und das 0 zu 1 für euch und da wird der zauberfuß benutzt das tor wieder sehr schön sehr schön so muss das laufen hier ja genau so läuft es aber wirklich ich bekomme ja eigentlich auch immer Geld wenn ich dachte ich für den Torschuss und so also wie meinst du? tschuldige er hat sich für Torschüsse Geld bekommen und so für Torschüsse nicht aber für Tore halt ne oah leider war nicht präzise genug leider ne ne das war mein Fehler aber ich hab ja fast noch ein weil du hast ja schon ne ja ich hab ja auch gemacht bei dem Spielstand und alles sehr schön ein wunderschönes Tor ja so muss das sein damit tut der Kiri auf 3-0 erhöhen und das sieht ganz gut aus ich denke mal Kiri hat mal wieder einen Doppelpack gemacht mal wieder nein ich werde 3-0 Wissen-O-Pan machen die will ich mich auf den Nerv langsam regt mir das auf das Spiel merkt wie ich verletze ich merke das ja ich merke ich glaube auch ja der Gebieter lässt ja auch immer an ja ja und ich muss ja mein Einsatz auch nicht mehr erhöhen weil einfach aus dem Grund weil du nochmal spielst ne ja und ja geil noch eine Torchance und Hedwig wäre auch mal schön aber Hedwig ist immer so ne Sache aber da ist er Hedwig abgeklappt wunderbar so erst mal ein Fenton Hedwig geschossen also es kann nur ne 1 geben na selbstverständlich aber eindeutig 299 schau alter und Stärke 93 wow seine Werte sind halt echt mega gestiegen ne Frankfurt sieht 1 zu 0 durchschnittliches Spiel Deus und Frankfurt ist auch nach wie vor Platz 1 das ist das Wichtigste eine überragende Leistung von Kun natürlich ist er bei der Hälfte des Tages dabei das ist oh dann schauen wir mal wir haben ja beide noch ein Spiel in dieser Woche in dieser Folge auf jeden Fall noch rein das kann man schon danke aber schön zu lesen dass ich dich zum Sieg führe ja geil ich glaube mal deine Skills an die Woche die alle gestiegen sind das ist unglaublich so jetzt spielst du gegen Oxford United oft wesentlich schwächer hast du du hast Kärke von 55 schon naja es geht jetzt aber nach oben du bist ja immer noch stärker aber naja ja aber ich film dir halt nicht so gut ne ist ja nicht so viel Tode auch eine Chance hellseer Fuchs ich war hier 14.90 ich werde es riskiert ich werde es auch gemacht und werde hier oben reinhauen ah ne Latte es war zu hoch es war zu hoch ja ist scheiße gelaufen ah mein Kollege tut das gleich wieder ausgleichen wo ob sie das kann da ist die nächste Chance aber hier mache ich den Zauberfuß weil es ist eine schöne Spezialfähigkeit der nicht immer geht ich soll mal gucken ich bin da jetzt rein oh da ist das Tor da ist es wunderbar das 2 zu 0 und wer zieht auch wir hauen den Typen ein Tor-Festival gegen das Tor jede Minute gefühlt und da ist das 3 zu 0 wir werden das also 4 zu 0 in 23 Minuten das vierte Tor glaube ich ja aber ordentlich ich werde es probieren scheißegal äh was habe ich zu verlieren nix genau und der hat gewährt aber ich nicht oh ich habe ich habe gesehen der ist groß unter 2 Meter ach das sind 11 Meter glaube ich oder ja natürlich Schwalbe was gelbe Karte auch noch der ist aber hart drauf ja ok ich weiß es natürlich nicht so gut oh jetzt geht es schlecht aber es ist nicht so gut ich habe jetzt nur ein Tor und drei Versuche was ist jetzt da los hier mit Oxford ich will nicht wissen was hat ah nein hätte ich auch nicht gemacht jetzt keine Tor-Chance was meinst du ich will nicht wissen was der was der äh was der Trainer den gegeben hat dass der Fall mal so gut sind wenn ich das 4-2-Kampf so und jetzt ich muss den einfach machen es geht um die Ehre du meinst ah super da ist das Doppel-Tor hast du den Boden gespritzt in der Pause oder was ja so in der Art das ist ja krass ich habe jetzt vier Torchancen verhauen also zwei verhauen zwei Treffer ist damit nicht so gut ja eben eben ist doch super 50% man drin ich glaube noch überhaupt geschossen betroffen ich habe noch eine Zeitspielmöglichkeit ich probiere es ja ich habe eine Chance für die Gegner auch schon wurscht und das 6-2 wunderbar Doppelpack die hat mir dazu geschlagen oh du hast Tor-Instinct 100 jetzt sogar inzwischen ja und ja in der Situation schon geil oh wir spielen auswärts gegen Leibs ich ich habe genug gebabbelt ich bin natürlich nicht aufgestellt meine Stimme lässt langsam nach ja dann kannst du jetzt mal kurz erholen und jetzt quatsch ich halt dafür mehr oh ich kann ah ich kann mein Dingst noch nicht dann aber egal da werde ich eingewechselt Werte 7 so lassen ja schauen wir mal ob wir gegen Leipzig was machen können der Trag beeilt auf jeden Fall die ganzen Torschancen das ist schon mal super Mario Götze komm ah jetzt hat der Kulacchi den Ball gefahren auch wenn es ein Anzeigefehler ist ich denke aber ich werde bei der 3. Liga ein Torfüssen König ja ich bin sehr stark davon aus du hast du denn stärkere Mannschaften und schießt in jedem Spiel mehrere Tore also so der will ich mich nicht einwechseln war das Gespräch nicht das ist halt so werden wir eben im nächsten Spiel mal unseren Gefallen mal einsetzen hier für die nächste Woche ah ich wurde doch eingewechselt sehr schön sehr schön ja das will er wollte ja nicht jetzt hat er doch und schon geht Leipzig in Führung ja super komm ich würde gerne eine Chance aber mir Leute gib mir mal den Ball letzte Minute schon ah toll eine Chance und eine Liederlage auch ja ich habe ja keine Möglichkeit gehabt also von daher und jetzt sind wir eine Wertdown runtergegangen das ist doch ein nice Frankfurt ist damit jetzt nur noch Platz 3 so sehen sie aus lalalala der war auch gut mein Glück selber hat sich verbessert dann Zeitbudget wurde wieder aufgeführt wir haben neue ah Sponsorenangebote und das Luisa Schäfer okay ich bin ja das aber happy für dir ja mein hat sich ein bisschen verschlechtert aber ja du wurdest nicht für die Länderspiele aber ich glaube demnächst wird es so weit sein dass du auch mal nominiert wirst weil deine Werte sind ja krass gestimmt wir sind ja immer noch bei 750 ich wenn ja mal kurz hier unseren Spiel einfach anschauen 2,8 Millionen haben wir wert 18 Jahre alt wir sind weltberühmt schon 39.000 Follower ein Trainer der mag mich natürlich überhaupt nicht na versuch mich mal bei dem ein bisschen mal einzuschleimern große denken so ne du bin mal das Konto stand rein oh ich bin minus da wir dann das macht nix aber in der Partie plus eins aber die Mannschaft mag mich dafür wie egal es geht um das es hat ja auch ein Grillabend weil es wird aufgegangen also sind wir jetzt ungefähr gleich 5.000 ist ein euer Fanclub der Ultras mit der sympathie zurückgegangen probier's noch mal mit Fanclub treten Trainer machen mich jetzt weniger dafür ah man der Trainer machen mich jetzt noch weniger das ist schlecht ja ich oder gar nichts machen sollen ah ok das ist jetzt liebe Leute das ist zum Beispiel jetzt eine Woche wo es sehr entspannt ist weil wir haben nur Training weil halt wieder Länderspiele sind genau ich würde mal sagen ich würde auch mal sagen dann werden wir hier in der Woche auch nur ein bisschen trainieren machen wir folgende Pause bis auch dann wir brauchen wir noch ganz kurz weil ich auch nicht mal in mein Büro muss ist ja klar vornangebote das war noch scheiße sorry für die Worte vielleicht solltest du mal einen ablehnen weil es kommen keinen neuen das sind jetzt selben mach mal den am wenigsten bieten nicht hier ich hätte jetzt den gemacht der am wenigsten bieten das ist egal ablehnen ablehnen so wir haben jetzt auch mal bei uns bei der Spielerinfo und wir sehen wir haben 3,1 Millionen wir sind immer noch weniger wert als der gute Lothar aber wir sind auch schon berühmt immerhin könnte rein theoretisch könnte ich mal an meinen Computer gehen und könnte doch mal ne wo macht man denn das ist aber ein Tablet weil das jetzt glaube ich und kann doch mal versuchen ein bisschen Social Media zu machen ne ist so klasse dumm äh was wollte ich überlege gerade ja gut Familie ist super ja meine Freundin die super glücklich sehr glücklich ja die ist wirklich glücklich mit dir ich überlege gerade sollen wir einen Hochzeitsantrag machen ne damit warten wir noch ein bisschen wobei ach wo war denn das nochmal wo warst du da gerade drin wo war das ändern warte Familie war das ne Familie und dann Vereine ach da ist das ok da ist muss ich ok gut 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 auch man kann sogar Wettbewerbs der Nation machen ok äh ja in der Situation an chronischem Müll aber ich mehr hatte ich glaube ich keine doch hast du aber natürlich okay mein Glück habe ich noch bei 90 damit ich gar nichts mache das ist ja äh super und jetzt machen wir auch nochmal einfach nur weil es halt eine entspannte Woche ist alles geben man sieht man auch sofort man geht auf alles Freistöße Weiterwartungen kann ich nur perfekt zonieren ich habe vergessen die Schicht zu machen aber ist echt egal äh oh ja Passspiel 1 ist sehr wichtig Torzett da habe ich zum Beispiel auf 100 jo danke das ist immer doppelt die Nachricht aber wie man aber Leute wie man sieht Torinstinkt 100 das ist schon verdammt krass du tönierst halt mal wieder töniert doch da schlecht okay das war jetzt kein tolles Training bei dir war es gut erst der Kontakt plus 1 gut war es aber auch nicht aber leider auch nicht so toll okay keine neuen Anrichten was Sponsorenangebote schau mal ob das neues ist noch mal kurz rein mir gibt es 99 Geld haben wir noch 3 mal Trainingsplatz für die nächste Woche und das nehmen wir aber in der nächsten Folge auch warte mal ich wollte noch was machen bevor es vergesst war das noch mal unter Familie rein dann sind da keine drin eigentlich bin mit die wechseln zu Bayern Bayern Dortmund auf einem Dortmund Auto und daneben war Frankfurt weil wir da kratzen was für eine hatte ich keine genau wartet mal kurz mal schauen hier Glückslevel ich habe eben 517 Glück 1 ich wollte hier ändern das habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht ich mach mal aufgehoben wer Glückslevel kostet ein bisschen mehr aber egal Geld haben wir den habe ich nicht den habe ich auch nicht fast ich würde mal sagen wir sehen uns in der nächsten Folge liebe Leute wo da Kiri hier eventuell einen neuen Sponsorenvertrag kriegt mal schauen bis dann bis zum nächsten Mal ciao ciao COPY Untertitelung des ZDF für funk, 2017